So sehen sie aus. Die Pakete, die heimische Kindergärten im Rahmen der Initiative Kinder erleben Technik, kurz CAT, entweder per Verleih oder Paketservice bekommen. Darin enthalten unterschiedliche Stationen rund um die Themen Naturwissenschaften, Digitalisierung und Technik. Themenfelder, die wirklich gut angekommen sind, eben Handwerk sowie Drechseln, dann sowas wie Energie, Wasserkraft. Und ganz favorite ist natürlich auch das Thema 3D-Druck. CAT macht Kindergärten sozusagen zu Forschungsstationen. Ziel ist es, die vier- bis siebenjährigen Burschen und Mädchen frühzeitig für Technik zu begeistern. Und das ganz spielerisch. Wir sehen, dass nach der Volksschule trennen sich die Wege. Also da wird dann die Entscheidung getroffen, in welche Richtung geht man. Und nach der Pubertät hast du sowieso keine Chance mehr, das zu drehen. Das heißt, wenn es dir gelingt, bei den Kleinsten, nämlich im Kindergarten, Volksschule, Lust und Interesse zu wecken für diese Themen, dann schaffen wir es auch, dass wir hier Berufsbilder daraus entwickeln. Was wichtig ist, ist das forschende Interesse zu wecken. Und das heißt, dass diese Stationen so gebaut werden müssen, dass sie ohne Anleitung funktionieren und tatsächlich einen forschenden Charakter haben, wo man selber tun kann. Die bereits vor 15 Jahren ins Leben gerufene Initiative kommt gut an. Allein im Vorjahr haben über 23.000 Kinder in zwölf Bezirken die Stationen ausprobiert und erforscht. Wir merken, dass die Pädagoginnen viel offener werden im Umgang mit Technik, auch Nachfragen. Wir haben ja Einschulungsphasen für die Pädagogen immer dabei. Es sei einer der zahlreichen Bausteine, um mehr Nachwuchs in technische Berufe zu bringen. Dort, wo heimische Unternehmen besonders intensiv nach Fachkräften suchen, müsse man frühzeitig fördern. Weil das ist am Ende des Tages dann wieder ganz wichtig, dass man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnt, aber vor allem auch, dass die Themen einfach auch erklärt werden und dass mit denen auch gearbeitet wird. Und so geht das breit in die Gesellschaft rein. Immer mehr können wir dafür begeistern. Wir sehen das auch bei einem Mehr an Mädchen in technischen Lehrberufen, bei einem Mehr an Mädchen in technischen Schulen. Das heißt, es geht voran, aber es braucht natürlich die Anstrengungen aller. 21 unterschiedliche Kettstationen gibt es. Die entwickle man laufend weiter und passe sie dem Zeitgeist an. Im hoherigen Jahr stehen Tourstops in insgesamt neun Bezirken am Plan. 223 254 275 296 257 Untertitelung des ZDF, 2020